Moin und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Terroristown mit Playgestalt, iTouch, Kim und dem Gag-Teddy. Ja, Moinsen, ich bin in der Hölle. Wow, ich hab' geschossen! Von wem? Wo? iTouch? Das ging schnell. Wohooo? iTouch? Ah, ich weiß, ich hab' einen weglaufen sehen. Wo? Warte, ich verfolge die Person. Ich weiß aber nicht, ob ich sie finde. Könntest du mal ansagen, wo bitte? Äh, da bei dem Haus. Ah, hier! Gehn! Pfff! Der war jetzt gar nicht mal so schlecht. Der schlägt mit direkt ins Feuer, halt. Oh, oh. Ja, das ist dein Ernst, ey. Pfff! Hier, gut. Au, lass das doch! Und tschüss! Und tschüss! Okay, runtergesprungen. Aha, im Deathringer. Nein! Aha, im Deathringer. Oh Gott! Und dann klick, klick! Scheiss! Ja, äh, danke Markus übrigens. Ja, sorry. Das ging ganz schnell. Ja, da hat er sich das Thema schnell erledigt. Deine Lebenserwartungen steigen, oder? Oh, nee, ich bin in der Lava gespawnt. Oh, Mann! Mit einem schlechten Performance. Oh, Frero, komm, das ist unfair, komm, komm, hau ab. Frero, die blockiert nicht. Frero, ich mach dich weg. Ja, chill doch mal. Ja, ich sag's doch, ich mach dich weg. Wenn du das machst. Du willst dich nur weg machen, wenn du hier. Ja, nö, nö, nö. Ja, nö, nö. Ja, nö, nö, nö. Ja, nö, nö, nö. Ja, nö, nö. Ja, nö, nö, nö. Ja, nö, nö. Ja, nö, nö. Ja, nö. Ich bin auch ein Blogger. Richtig, followt mein Blog. Justusistoll.wordpress.com Was? Ja, nö, nö. Ja, nö, nö, nö. Ja, nö, nö, nö. Ja, Kim, Kim, Kim. Kann sein, wow, ouch. Kann sein, dass ihr irgendwie leichte Probleme habt? Irgendwie im Leben und so? Grundsätzlich, ja. Okay. Wenn du mich so fragst. Oh, ne, Waffe, Gott sei Dank. Jetzt schießt mich der Kim da einfach über mich laufen, während ich aus der See bin. Trader Shop lande. Wow, das war knapp jetzt. Vor allem aus der See, ne? Ich war für mich aus der See drin. Ganz interessant auf der Map, da sind ja überall so Diamantsteine verteilt. Wenn man die alle zum Ofen bringt, dann haben die Innocence gewonnen. Und dann wird man den Himmel telepathieren. Ach, komm, Patrick. Toll, was ist? Ja, genau. Fun fact. Wow! Wolle, verpiss dich doch mal. Verpiss du dich doch, du verholst. Ich verholst dich doch. Verpiss dich doch beide. Verpiss dich doch. Alles klar, du bist jetzt frei zum Abschuss. Okay, nee, bitte. Wie konntest du nur Freero? Reko, wo ist es? Ich weiss, wo ich war's. Na, wo ist der Ofen? Äh, der Ofen steht beim... I-Touch. Leuchtturm. Ich komm. I-Touch! I-Touch! I-Touch. Ja, es gibt davon auch so viele, die muss man alle... Ah, Alter, was für ein Profi-Shot! Ist er tot? Ich hab überlebt. Ich glaub, I-Touch ist tot. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich konnte seine Leiche nicht identifizieren. Ich bin rückwärts in den Matrix. In den Fluss hier rei gejumped. Ja, lol. Wo hast du denn gekillt? Da oben. Ja, dann... Na? Bin schon dabei. Gibt auch ein... Zwei in der Hölle und der eine, da muss man ein Parcours machen, um den zu bekommen. Ja, toll, ey. Parcours, Alter. Was, Crow by the Iron One? Nein, ich verbrenne! Ah, nein! Au, 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 au! Ich bin vielleicht tot. Äh, ich bin interessant, Leute. In der Hölle. Nein, ich bin nicht tot. Aha! Das ist ein Bad, 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 äh, Baseballschläger. Ja, toll. So, ja. Die anderen drei kann ich gerne machen. Nein, ich... Ja, nach drei einfach so. Fero? Jeder schießt auf jeden. Entweder ist Fero runtergefallen oder ist jetzt gemacht worden. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden, das war ein Angriff. Und das war ein Angriff? Auf mich wird gesniped! Okay. Allerdings nicht gut. Kim sniped. Kim ist es. Und wo? Am, am Tower. Welcher Tower? Ja, der große, rot-weiße Tower. Pass mal auf, der könnte das Ding, äh, verdickst haben. Vermiet. Verhext. Ja, da geh ich auch nicht rein. Verhext. Ich hab. Der soll hier runterkommen, wenn er will. Wenn er will. Kim, wir haben dich umstellt. Zeig dich. Bei mir ist er. Ohne? Runden? Wow! Nein! Das bist du Patrick! Du bist doch! Nein! Nein! Hast du ihn jetzt weggemacht? Patrick und ich haben sich gegenseitig angeschossen, ey. Und er ist nach hinten runter geflogen. Ach, Mann, ey. Sorry, Patrick. Oh, Scheiße. Nicht teleporten, ne? Nee, ich weiß, deswegen. Oh! Ja, ja. Komm doch, komm doch! Sorry, Patrick, ne? Mann, ey. Mach ich einfach den Patrick-Style, ey. Mach ich nicht. Randomness oder was? Ja, wirklich, ja. Oh nein! Ja, genau! Ich hab's gewusst, Alter. Sorry, Patrick. Ja, Bolle, du hattest auch wieder mal nur Glück, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Hallo, das war richtig professional. Du rennst ja mit dem Flashpoint-Batt, was ist denn los? Also, das war schon echt... Im rückwärts runterfallen hab ich dich erwischt. Das ist so bescheuert, ey. Hä? Ich hab nicht gedacht, dass du so schnell da bist, Patrick, ey. Ich hab ja nur gesagt, wir haben dich umgestellt in dem Moment. Boom! Das hab ich nicht gehört, ey. Mann. War jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Ich weiß nicht. Mann, Patrick. Unfassbar. Aber wie du das... Vor allem hinten ist Wasser und der fliegt genau auf die Ecke, wo grad noch Stein ist. Der einzige Felsen. Weit und breit. Nein! So anlag' her. Kopf, Rero, jetzt mach ich dich. Ja, komm her! Ja! Oh, ein Goldener. Oh Gott, der hat ne Waffe. Das ist schon Traitor-Tester, der Goldener. Aha. Ja. Möge der Traitor-Tester ewig mit dir, du. Hier, nimm! Au! Au! Au, sag mal. Wo ist er denn da? Ja, wobei... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aber ja, du, wo bist du? Nimm das! Au! Fresse den Block des hellen, weißen, äh, gelben Manns. Oh Gott, jetzt kommt er mit was Großem an! Alarm! Ui! Doch, ja. Mann, äh. Ein Touch? Hey, gib es. Wo? 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 Boah, da geht's schnell weg ab. Oh Gott! Oh fuck! Okay. Ich hab ein bisschen verkackt, ich bin so gut wie tot. Eight more, aha, okay. Alter! Wow! Au, nicht! Wow! Warum komm ich hier nicht rein? Okay, hier ist jemand gestorben. Wo ist jemand gestorben? Hä? Ich hab nur, äh, äh, gehört, keine Ahnung. Oh! Okay. Wow! Wow! Alter! Ja! Hier hat jemand was rauf geschossen. Ich wollte jemand was rauf geschossen. Kann man da? Aha! Oh, die schießt's. Könntet ihr mal aufhören mit dem Schießen? Wieso? Hab ich das irritiert? Ist das nicht Sinn und Zweck des Games irgendwie so? Zu riesen? Ne, ne. Jetzt auf damit! Hey! 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 Warum schießt du denn? Weil du ein Traitor bist! Aber du rennst dann weg, ne? Ja! Weil ich gesehen hab, okay, es war kein Wunkel. Ich geh schnell weg! Also ich wurde, ich, ich wurde durch die Welt gekillt. Was? Wo wurdest du gekillt? Durch die Welt. Ich, ich wollte da... Eine Falle oder so. Ja, ich weiß nicht, also... Wo warst denn du? Ich wollte in diesen komischen Turm. In diesen komischen Turm? Ja. Du wolltest in den Turm? Ich denk mit der Haut jemand... Ach, welchen komischen Turm? Was meinst du? Äh... Aus Stein? Dieses... Ja, 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 ja. Ja, aber das ist ein Traitor-Raum. Wenn man da jetzt nicht Traitor reingeht, stört man. Ah, okay. Das muss ich nicht. Das muss man wissen. Was hast du gelernt? Man lernt ja nie aus, ne? Wie wird das? Alter Vater, ey, ihr tötet hier immer alle und ich... Fock dann so... Hast du nicht. Hä? Wo seid ihr? Warum, hä? Wo sind denn alle? Wow, wow, wow! Wow, wow, I-Touch! Hab ich gehört, aber ich kann nicht sagen... Hab ihn! Lol, was ein Schuss. Lol, ey. Hat der I-Touch wieder den I-Touch-Moment, ne? Wohl Tedli. Okay. Das war jetzt nicht so smart, ne? Das kam auch kurz klar. Ja, Teddy. Das war nicht so smart von deinem Trainer-Kollegen, ne? Warum Tedli? Da gibt's ja gar keinen Sinn mehr. Also ihr zwei könnt euch machen, ne? Der Einzige, der was Proven ist, ist Patrick. Ja. Ihr bleibt jetzt hier weg und dann ist alles gut. Ich bin nicht Proven-Traitor. Natürlich bist du Proven-Traitor. Ja, wenn du meinst. Komm doch her. Ja, komm du doch her. Du bist mich erwachen. Ja, komm du doch her. Hau gerade aus der Ecke, wo ich war. Das ist ja also... Wo bist du denn? Das geht dich einen Scheißdreck an. Achso, nee. Das ist gleichgestellt. Wo bist du denn, hä, Teddy? Das geht dich einen Scheißdreck an. Was? Playgestalt, sag mir, wo Teddy ist. Ich mach den weg. Weiß nicht. Warum rennst du zu mir, Paul? Oh. Oh, Fehler! Wie bitte? Bist du gestorben, Teddy? Äh, Playgestalt? Ich glaub, Patrick ist gestorben. Hat er gemacht wieder? Ich hab ihn nicht gemacht. Nee, was hat er gemacht? Achso, keine Ahnung, wo ist er denn runtergeflogen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ist runtergeflogen. Der Trottel. Ja, hier, ich seh seine Blutspuren auf dem Stein. Blutschu-chu-chu-chu. Na, wollen wir denn einfach in Frieden leben? Oh! Ach, runtergefallen. Was, der? Wo denn? Pack ich den nicht. Such mich doch, such mich doch. Au! Schön, die Scheiße. Von wo kam denn? Hehehehe. Ah! Nein! Nimmst du kurz? Oh, scheiße. Ja, geil. Also, meistens als bei mir war's, äh, war ich noch safe am Leben. Guck, guck, guck. Okay. Ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen spät war. Muss Delay sein dann. Kann sein. Naja. War sowieso... Oh, ne, ich bin in der Lava gespawrt. Ich hatte eigentlich auch den... Also gedacht, dass, äh, dass keiner sieht, aber gut, äh. Lol, wie krass ist das denn, ne? Die Kakteen machen einem auch Schaden. Ich bin in der Lava gespawrt und bin tot, äh. Ja, das hat ja auch. Da musst du unten rausschwimmen. Geht nicht anders. Vollverdient. Gesund. Gesund ruhig. Wer war jetzt hier? Wer war in der letzten Runde Traitor? EyeTouch und Teddy. Und Teddy, okay. Du gestorben eigentlich, Bolle. Ja, als du hochgerannt bist, wollte ich ins Wasser springen und irgendwie ist das schiefgegangen. Ja, hab ich gemerkt. War vielleicht nicht meine beste Idee heute. Du meinst generell? Auch heute. Aber auch generell. Vielleicht auch heute. Aber auch vielleicht ganz generell. Ne, ne, vielleicht ganz generell. EyeTouch. 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 EyeTouch verfolgt mich. EyeTouch. EyeTouch ist herausforderbar. Ich will, dass du mich random killst. EyeTouch. Damit er dann wieder rumheul kann. EyeTouch. EyeTouch. Hier ist Blut. Das ist echt so. Bluuuut. Was? Blut. Alter, was ist das passiert? Markus sagt es echt so. Was? Oh Mann ey. Er ist doch schön. Ja, genau. Logisch, logisch. Markus ist jetzt ins Wasser gesprungen, wo eigentlich eine Traitorfalle ist. Ich glaube, er hat keine Angst davor. Hä, was? Wo ist eine Traitorfalle? Nein. Hier ist ein Traitorfall. Ganz genau. Hey, EyeTouch ist schon wieder da. Das weiß ich nicht. EyeTouch. Was denn EyeTouch? Ne, ist er nicht. Draw. Oh, ich hab' beschossen. EyeTouch. Was soll die Scheiße? Hab' ihn. Ich hab' dir einen fucking EyeTouch gegeben. Au. Ich glaube, der mit den Heil nun ist auf dem Leuchtturm. Ich glaube, EyeTouch, ich hab' dich gerettet, ne? Das ist jetzt klar, ne? Ja, ich weiß nicht was. Lass' dich da... Au. Du bist doch so eine Schnarchnase, ey. Das ist doch so... Hm. Läuft? Alles klar. Oh, warte, ich stell' mich hier hin, wo er alles gesehen hat. Ah, ne, doch nicht. Warte. Oh Gott. Oh Gott, der war gut. Ey, warum fliegen wir da wieder ein? Lass' doch mal nachgucken. So, lebt noch einer von euch? Markus? Ja, ja. Markus... 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 Markus, du und ich... Wir und alle zusammen... Lass' das doch friedlich klären. Wir sind eine glückliche, friedliche Familie und bla und leck' mich doch. Ah, alles klar. Ja, alles klar. Hm. Hi Markus, dich. Hi Patrick. Mach nicht den selben Fehler noch. Nein, nein, nein. Ja. Er ist unter uns. Er versucht grad, sich rauszuschlagen, aber irgendwie funktioniert das gut. Damn, Junge. Ah, steh weg. Hm. Hängst'n du so? Ja, ich zitter mir grad ein ab. Uuu pu... Weihuu... Ah, Mama. Sehr ruhig, sehr ruhig. Kom her. Wahrscheinlich spring' ich dich irgendwo wieder auszusehen in den Tod. Und festgestellt, dass ich das heute besonders gut kann. Ah! Oh, Kim! Was ist los mit dir? Ich steh hinter dir Da könntest du recht Da moin Wäre doof wenn ich es nicht machen würde Oh Gott Na ich dachte ich kann zur Seite dann raus und ins Wasser weil da unten Waffen waren Egal Ich hab dir sowas von direkt mit meiner Silenced Pistolen Hedgehog gegeben du bist nicht gestorben Ich? Fero? Nein Der ist doch so direkt gestorben So wir waren dann Fero macht doch mal hier Ich hoffe es hat euch gefallen Leute Lasst eine Bewertung da Schaut auch bei Game Teddy und Playgestalt vorbei Kommt drauf an wo ihr jetzt schon seid Auf Social Media Kanäle und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Das war's für heute.